Da hast du dich dem Löwen zum Fraß vorgeworfen und damit bringst du deine Mission zum Scheitern. Guck mal, zum Beispiel der Pastor Steven Anderson, weil der immer zu doll durchgedreht ist mit dem Thema, der kann nirgendwo mehr hinreisen, seine Mission ist gescheitert, er kann nicht mehr weitermachen. Seine Mission ist gescheitert, deine Mission wird scheitern dadurch. Hey, dieser Typ ist sowas von gescheitert, das ist sowas von der letzte Loser, dieser Kleiner Steiner. Was hat er überhaupt erreicht in seinem Leben? Nichts. Weil du kannst nichts erreichen, erstens, wenn du nicht gläubig bist und zweitens, wenn du nicht Jesus Christus nachforscht, das Evangelium verkündigst. Und in Gottes Augen ist das keine gescheiterte Mission. Denn die Bibel sagt in Philippa Kapitel 1, Vers 12, Siehst du, Verfolgung führt dazu, nicht dass die Mission scheitert, sondern dass die Mission noch viel erfolgreicher wird. Kleiner Steiner. Die Mission wird gerade dadurch, dass ich verfolgt werde, dass ich Polizei am Hals hatte, Staatsschutz und was weiß ich für einen Müll, gerade dadurch wird die Mission erfolgreich. Gerade dadurch hören Menschen das Evangelium und nicht nur das, sondern die Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, die wagen es, desto kühner das Wort zu reden ohne Furcht. Hey, Gottes Wort lässt sich nicht aufhalten. Unsere Mission ist erfolgreich, Pastor Anderson ist sowas von erfolgreich, gerade dadurch, dass er gewürdigt wurde, Verfolgung zu erleiden. Und er Einreiseverbot bekommen hat. Denn dadurch war er überall in den Nachrichten, das Evangelium wurde gehört, Menschen wurden gerettet. Und Gott hat dadurch mehr erreicht, als wenn Pastor Anderson nicht verfolgt wäre.